Ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom, Outstanding Session 4 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video und zwar mein Handy ist ja nicht gerade jetzt das Beste und der Ton ist auch nicht gerade der Beste, man hört mich ja kaum. Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit Let's Plays, es wird bald wieder diese Let's Play Phase kommen, wo ich Commentaries mache, wo ich über Dinge reden werde und so. Und ihr wisst ja, ich bin ja heute mit Abstand einer der wenigsten YouTuber, ich zähle mich immer zu den 0,1% der normalen YouTuber, weil natürlich, ihr wisst es wahrscheinlich selber, dass natürlich viele YouTuber nur auf eins aus sind, auf den Cash, es gibt sehr viele gute YouTuber, ich sage nur Dame, ein österreichischer, ja, Rapper, der wirklich gute Musik macht, es gibt eigentlich ganz wenige. Und äh, Lieber Non Elite, super Typ, macht auch sehr tolle Videos, ehrliche Videos, ach ja, ich vermisse, ich vermisse das alte YouTube Leute, wo es noch normale Leute gab, ne, wo nicht YouTube Money im Vordergrund stand. Das war eine, das war eine tolle Zeit, das kann ich euch sagen, da war YouTube noch toll. Naja, ich werde auf jeden Fall weitermachen, in so einem Monat wird es losgehen, und ja, dann wird es auf jeden Fall abgehen. Ich freue mich schon richtig, dann mal wieder loszulegen, ne, ich habe schon wieder dieses Krippeln, dieses Verlangen darauf. Moin Leute, was geht, mein Name ist YouTube, YouTube Gamescom, ne, auf der Playstation 4, mein Game Effect, ne, und ja, Leute, ihr seid die geilsten Abonnenten, haut auf jeden Fall rein, und ja, bis dann, euer YouTube Gamescom, der Playstation und 4, aka Florian, K.